Tremiolog, meine Freunde. Ich bin es wieder, Dovaki Hintaro, mit LP hinten dran. In der letzten Folge waren wir in dieser garstigen Höhle. Wir haben sie endlich verlassen und jetzt sind wir auf dem Weg nach... Weißlauf. Markierung setzen. Okay, ich will mal sagen, wir fangen an, dort hinzugehen und denken nicht an einen ekligen, versifften Eistee, der eklig ist und versifft und burr. Ja, das ist dieselbe Aufnahme wie die vorige Folge. Warum weil ich hier die Zeit habe für Skyrim? Äh, Festung Amol, da wollen wir eigentlich noch nicht hin. Warum? Ich habe eine Vorahnung, dass er drin schrecklich erst auf uns wartet. Eine Festung Amol ist schlimm. Die konnte ich erst mit Level 30, äh, normalen... Spielfluss... Spielfluss, ja. Meinen persönlichen Spielstand, Clearn. Selbst da war es ein... Ach, schrecklich. Ein Dover! Was willst du von mir, Dover? Oh. Du nimmst mich wohl nicht ernst, was? Hm. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Was? Ich bin doch nicht so mies. Ich folge nur dem Drachen, deshalb hatte ich meine Waffen offen gezückt und so. Der greift mich aber nicht an. Hey, du Drache! Oh, jetzt muss ich fliegen. Okay. Gut. So viel zu Drachen sind aggressive Viecher, die alles lebendig angreifen. Ignoriert mich, obwohl ich das Drachenblut bin. Hm. Aber ich find's schön, dass es Drachen gibt, die eigentlich... ...nicht so mies sind. So, aber jetzt, jetzt wirklich noch Weißlauf. Wir haben zwei Minuten verschwendet. Ich hab keine Ahnung, was mit dem Typen ist. Der ist nervig und mies. Aber hat mich nicht beleidigt, also... ...lassen wir ihn leben. Uh, da ist Maik, der Lügner. Lauf schon weiter. Hallo, Maik. Ach, Maik. Oh Mann, noch was? Geht jemand anderem auf die Nerven? Gott, ich liebe Maik. Den gab's auch... Den gab es schon in Oblivion. Es ist nicht derselbe Maik. Da ist wahrscheinlich ein Descended auf Maik. Aber ich find's trotzdem cool. Ich glaube, das mit Zirrodiil und Himmelsrand bezieht sich auf Oblivion und Skyrim. Also jetzt wirklich das Spiel Skyrim. Weil hier sind ja die Leute alle viel hübscher aus. Ist ja auch neuer und so. Obwohl Oblivion auch cool ist. Ich hab nur zwei Stunden Oblivion gespielt, nur so, by the way. Dann hab ich wieder angefangen, Skyrim zu spielen. Es war ein Geburtstagsgeschäft von einer Freundin und ich spiel's immer noch nicht. Mein Gott. Ich bin eine schlechte Freundin, aber... Skyrim is so addicting. Es ist fast so schlimm wie Monster Hunter. Oh mein Gott. Aber egal, ich muss jetzt nicht an den Ecke... Ich hätte den Eci vielleicht wegstellen sollen. Der ist immer noch auf den Tisch. Aber es wird es zu und... Geht. Oh, toll. Ich seh, wie die Membran rumschwirrt. Nein, 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 nein. So, ich hab mir ins Gesicht gehauen. Mit der flachen Hand, damit ich endlich aufhöre auf diesen... Ja, soviel dazu. Okay, neues Thema. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Weißlauf. Und das ist eine Reise. Und auf Reisen führt man ein Gespräch. Also, ich will meine lieben Abonnenten fragen, ob sie Homestuck kennen. Und falls sie es kennen, ob sie es mögen. Und falls sie es mögen, wer ihr Lieblingscharakter ist. Genau, Lieblings-Troll und Lieblings-Kid sagen. Falls ihr es kennt. Okay. Ich kenne Homestuck. Ich liebe Homestuck. Ich bin addicted to Homestuck. Und mein Lieblings-Troll ist bisher eigentlich Karkat. Und mein Lieblings-Kid ist eigentlich... Sind John und Dave. Dave is cool. Es auch mit dem Bro. Wulbro ist auch noch cool, aber der zählt jetzt nicht zu. Von den Trolls wage ich... ...Wiriska überhaupt nicht. Ist noch so mies. Und ich bin bisher jetzt irgendwie... ...bei Page... ...5700 irgendwie sowas. Also keine Spoiler. Wie er ist, spoilert mich? Ich werde euch auch nicht spoilern. Ich habe es nur meine Lieblingscharaktere erwähnt. So, okay. Homestuck. Oh Gott, ich liebe das. Ich habe es eigentlich schon früher so gehört und so, aber ich bin nie dazu gekommen, es wirklich zu lesen. Schrägstrich spielen oder was auch immer. Das ist so ein cooler Webcomic. Also, falls ihr... Ach, es ist undefinierbar. Falls ihr gerne Webcomics lest und Comics-Fan seid, dann versucht es mal doch zu lesen. Es ist mega... Ich finde es mega super. Mega super. Ah ja, stimmt. Jetzt gehen wir zu den Gefährten und holen uns eine coole Fähigkeit. Okay. Genau. Zuerst Haus kaufen, dann zu den Gefährten und dann weiter in der Hauptquest. Ich weiß, ich schweif ab, aber... Ich liebe die Fähigkeit, die man bei den Gefährten kriegt. Ich werde euch nicht spoilern, aber ich liebe die Fähigkeit. Ist die coolste Fähigkeit ever. Ja, wir sind das Drachenblut. Das ist das coolste, was es gibt. Und dann kommt diese Fähigkeit. Und... Ist das ein Typ, der uns angreifen will? Ich weiß es nicht. Aber es scheint aber noch von 6 zu laufen und... Er hat kein T-Shirt an und... Wieder so einer. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelaget? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Okay, was habt ihr? Wer haut? Seid ihr krank? Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periitis-Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Hm. Wohin geht ihr? Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periitis' Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Oh, okay. Dann tschüss. Finde Cash im Schreiben von Periite. Wisst ihr, was es ist, Leute? Es ist eine Deidrische Quest. Oh yeah. Hm, ich kann euch natürlich noch die Deidrischen Quests zeigen. Habt ihr nicht Interesse an Deidrische Quests? Man kriegt eigentlich so coole Sachen daraus. Ja, sobald wir in Markkart sind, werde ich natürlich so ein cooles Ding holen. Wie einer meiner tollen Abonnenten kommentiert hat. Aber ich wollte eigentlich bisher noch nicht nach Markkart gehen. Ich wollte einfach noch ein bisschen so Hochotgar und so Zeugs zeigen. Einfach Umgebung. Reisen. Und ich weiß, ich könnte die schnelle Reisefunktion benutzen. Aber hätte ich sie benutzt, ne, wären wir erstmals nicht in diese Höhle gegangen. Und wir hätten diesen Befallenen da nicht getroffen. Und wir hätten diese Quest nicht bekommen. Ja, privat habe ich ihn eigentlich so beim Entdecken in diesem Cash getroffen. Und dann so. Aber okay. Okay. Ich finde, wir Schweizer machen gute Kaugummis. Ich bin gerade am Kauen von einem Albrausch. Sugar-free Red Fruits. Schweizer Rüter Kaugummi. Und ich finde es auch lecker. Ich esse Kaugummis auch. Wenn sie keinen Geschmack mehr haben, schlucke ich sie einfach runter. Ist doch nicht schlecht, mein Gott. Wir haben Magensäure. HCL. Salzsäure in unseren Mägen. Verdünnt, aber trotzdem Salz. Uh, uh, uh. Was hast du für mich? Was hast du für mich? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Ja, gib her, gib her, gib her. Lasst mal sehen. Gib her. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach Orden, wie? Was? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl. Den lesen wir gerade. Nein, die Queste. Ähm. Nimm, 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 nimm. Bücher? Hm. Von Jarl Sidgai aus Falkenring. Charu, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sidgai und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von eurem Großtaten berichtet. Ja. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskal und ganz unter uns. Sollten sich eure Dienste für mich als letztlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe. Ja, als Sidgai von Falkenring. Das habe ich im privaten Spielstand nicht bekommen, diesen blöden Brief. Ja, Hardfire. Mhm. Nein, ich werde hier in diesem S-P-K-Häusle bauen. Nö, nö. Es ist ein langwieriger Prozess, der viele komplizierte Entscheidungen mit sich bringt. Zum Beispiel, welche drei Dings-Nebenzimmer-Flügel soll ich kombinieren? Oh, hallo. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fede mit der Graumänen-Familie. Ja, das ist er. Wir müssen einfach nur die Talmor alle vernichten. Punkt, aus, Ende. Ja. Wer die Talmor sind, das werdet ihr noch früh genug erfahren, falls ihr das Spiel nicht kennt. Und falls ihr ihr kennt, dann wisst ihr, wer die Talmor sind. Ich glaube, es gibt niemanden, der die Talmor mag. Ich meine, die Talmor sind selbst bei den Altmeri extrem schlecht dran. Niemand mag sie, weil sie einfach so extrem sind. Ich meine, das ist so, weil die Menschheit auswischen, um zu Zeugs. Ich musste gerade was trinken. Hui! Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Okay, kein Kaugummi mehr. Sonst kann ich nicht noch mal reden. Da komm schon. Einschrei... Äh, ein... Alchemie-Labor. Hui! So. Seht ihr dieses Haus? Wie viel Geld haben wir? Ach, mehr als genug. Sehr schön. Das gefällt mir. Ich helfe meiner Mutter dabei, um zu mir zu holen. Hier. Okay. Ihr seht ein bisschen müde aus. Ja, wir sind krank. Stimmt. Da war ja irgendwas. Die Göttlichen sind euch heut, mein Freund. So, zuerst einmal. Sondern als Mensch. Ach Gott, hör auf. Ach, ihr wart einst ein Mensch. Hör auf. Gott, der nervt einfach. Hey, ist das nicht die... Das ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Hey, hey, hey. Erzählt mir etwas über diesen Baum. Das ist der güldene Grünbaum. Er wurde als Sitzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Künaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttinnen seinen Zweigen zu lauschen. Sie haben den Tempel errichtet. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Wieso ist dieser Baum so besonders? Westlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Hm. Welche Waffe würde funktionieren? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweitlinge zu opfern. Hm. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen. Sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ich besorge Nesselfluch für euch. Euer Geist ist stark. Künare Zwinde werden euch auf euren Wegen leiten. Das tun sie schon, das tun sie schon. Er befindet sich in einem Hexenraben-Nest namens Weisenfelsen. Okay. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Oh, eine Münze für dich? Ja. Hier, nimm dein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ich bin aus Drachenblut. Weißt du. Bis dann. Ha. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt fragen können, wieso bettelt ihr? Oder wieso bettelst du eigentlich? Und spricht ein Kind nicht für dir an? Das ist unnatürlich. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifthdon. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Oh, ich freue mich sowas von auf Dragonborn. Begonnen Dämmerwacht. Okay, wir haben die... Ja, ab Level 10 kann man es ja nicht machen. Stimmt. Aber Vampire und Vampire gleich Magie und Magie gleich Böse. Deshalb machen wir das noch nicht so ein erstes Level. 20 oder 25. Je nachdem. Also falls ihr es natürlich gesehen wollt. Ich meine, das hier ist jetzt eigentlich nicht wirklich so ein Let's Play, sondern eher ein Let's Doku. Ja, Let's Play ist eigentlich das Ziel, das Spiel zu beenden. Nicht so einfach mal das Spiel zu erkunden. Und solche Sachen. Na, egal. Wee! So. Jetzt, wo ist der... Der Dings? Ah, da ist der... Ich weiß, ich soll eigentlich langsam latschen und so. Hallo! Ich weiß. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Könne ich euch vielleicht helfen? Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Vielen Dank. Ich würde aber gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Bibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorations-Elemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Habe ich genug? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Bord und Stelle sein. Danke, Herr Aveniki. Könnt ihr sonst noch etwas kaufen? Äh, nein. Ich habe kein Geld mehr. Tschüss. Nächst euren Besuch in Drachenfeste. Oh, wir tragen zu viel. Nein. Essen. Ich habe doch ganz viel Essen dabei. Nom, nom, nom. So. Weiter geht's. Ich habe Essen dabei. Mann, bin ich doof. Egal. Jetzt haben wir ein Haus. Jetzt können wir all den unnötigen Plunder da... ...lassen. Und wird unnötiger Plunder. Meistens Drachenknochen, Erze und solche Sachen halt. Oh yeah. Taschendiebstahl. Oh. Oh yeah. Ich mag eigentlich dies... Ich mag dieses Let's Play eigentlich. Manchmal hat man einfach keinen Bock, wenn man es auch privat spielt. Und es... Ich bin es einfach weniger. Ich darf nicht so viel privat spielen. Aber das ist natürlich auch blöd. Und so. Ich helfe meiner Mutter dabei, um... Aber egal. So, jetzt können wir uns ja noch als Heim besuchen. Und wenn wir noch... Ja, wir sollten es uns dann noch schaffen, zu den... ...Gefährten zu gehen. Und dann mit Skjord zu reden. So. Riesenheim. Vampire? Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ihr werdet Israam gefallen. Geht zur Festung Demmerwacht. Südöstlich von Rifthorn und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Demmerwacht beizutreten. Okay. So. Jetzt ist, seht ihr, Demmerwacht. Es fängt schon an. Es fängt schon an. Huhu. Ist eigentlich noch lustig. Man kriegt so... Boah, wir haben noch gar nichts. Wie cool ist das denn? Ha, ha, ha. Ganz viel Heu und Sachen. Und so. Aber egal. Wir haben ein Schlafzimmer. So. Und da haben wir auch... ...eine Truhe. Da können wir jetzt Sachen reintun. Wuhu! Und zwar... Sonstiges. Metis, Corundumbarren... Woher haben wir einen Diamanten? Egal. Drachenknochen, Drachenschuppen, Eisenbarren... Goldbarren, Ölenbärenpelz, Lederschreifen, Leinen... Wieso habe ich das aufgehoben? Egal. Das hier, das hier, das hier. Und das hier. Und das hier. Okay. Was haben wir noch? Bücher. Das hier. 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 Das auch. Und auch das hier. Zutaten. Ja, ich weiß. Könnte ich natürlich auch... Off-Screen machen, aber... Och nö. Jetzt habe ich den Brief weggemacht. Egal. Und auch diese Schriftrollen, die ich nicht benutzen kann. Weil ich zu doof dafür bin. Höhöhöh. So. Okay, das sollte jetzt eigentlich genügend sein. Und jetzt schnell. Schnell zu den Gefährten. Punkt. Ja, wir sind fast bei 20 Minuten. Und die Ladezeit war mal nicht lang. Sehr schön. Wahoo. Wir rennen einfach mal durch die Stadt. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich bin noch gerade ein bisschen in so... 29 Minuten. Ich beziehe wieder. Wie kann ich nur? Na gut, dann reden wir halt in der nächsten Episode mit den Gefährten. So. Wir beenden die Folge vor. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt, auf zu den Gefährten und mit ihnen reden und so. Na egal. Na, bis zur nächsten Folge. Halt die Ohren steif. Tschö.